Hier ist das neue Produkt der Firma Wayline, absolut geil, warum ist es günstig und fliegt völlig easy, wichtig nur, diese Teile hier können brechen, die sind so ein bisschen weicher und so was, aber wenn die Durchbrecher sind die nur zum üben gedacht, klar, weniger Gewicht, weniger Luftwiderstand, fliegt es länger, so jetzt habe ich hier so proben, ich habe hier an der Tante vorbei und wir wahrscheinlich wieder Action-Check zu machen, das ist nämlich die selbe wie wir gerade eben, also machen wir jetzt einfach nur eine Aufliege, machen wir das Handy, hört es runter, hören wir mal zu, was ist das, dann kann das, dann kann das, dann kann das, dann kann das. Das ist die Fernsteuerung von der R8, von der R8, dieselbe Fernsteuerung wie beim 805, also, was geht da auch? Die WiFi-Kamera, das ist genau dasselbe wie die große, mit WiFi-Kamera, dieselbe WiFi-Kamera passt auch hier dran. Also, Gas, Gas weg, verbunden. Jetzt fliegt die genau wie die andere, wie die Erd, genau selbe. Auch mit Headless Mode, auch alles dabei. Da kommen sie ja drauf, zwischen uns durch, zwischen uns durch, komm hier. Headless Mode, ja, vorwärts, rückwärts, die Kreis-String, drehen, vorwärts, rückwärts, tiefer. So, warte, 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 halt das Mode aus, hält das Mode aus, hält das Mode an. So, also, so muss es aktiviert, das ist vorne, das ist vorne, das ist vorne, rechts, links, ok. Jetzt drehen, guck mal, rückwärts, vorwärts, rechts, links, rückwärts. Alles bleibt immer gleich, und, guck mal, wegschmeißen, Gas. Hey, mach das nochmal. Was? Durch die Beine. So, ja, pass mal, mach mal, mach mal durch die Beine durch, guck ich da auch wieder durch, und dann bring ich da zurück, ok. Ich komme. Ach du schon, so gehen wir für euch. Ja, das ist gut. Ich dachte, wir ver... Also, da wird es noch, wo wir sind. Oh. Ah. So, und? Wenn ich den Ball herlaufen kann, wegschmeißen, Achtung! Oh, das ist hier! Hey! Ultimative Test! Ich flieg hier durch und wieder zurück! Geh was ab! Aber schnell! Nein! Am Kopf gelandet! Zack! Ich schaff's nicht! Nee, du schaffst das Ding nicht kaputt zu machen! Doch! Nee! Wie denn? Ich schaff's nicht! Aha! Sehr gut! Ich schaff's nicht! 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 So, für einen kleinen Gelbeutel haben wir hier den R805, die auch mal runterfallen kann. Natürlich, klar, es können mal Teile brechen, aber das Grundgerät selber ist sowas schon stabil! Also, das macht richtig Spaß! Wenn man die Teile weg macht, die äußeren Teile hier, macht's auch noch ein bisschen mehr Spaß, warum man es schneller pflegt! Schneller und länger! Also, gebt Vollgas und zeigt das Video mal eurem Nachbarn! Es sei denn, ihr habt ne Kamera dran, dann zeigt's dem nächsten Nachbarn! Also, viel Spaß beim Gucken und beim ich versuch's nicht! Ich schaff's nicht! Der liebt, ein Misch! Ich schaff's nicht! Ich versuch's nicht! Ich versuch's nicht! Ich versuch's nicht! Dann versucht ihr einen finden!